Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Hackhauen. Das hat mir minimalen Angst in der Marke gehabt. Minimal? Minimal. Ach, wenns nur minimal war. Naja. Hast du noch die Turtles? Guckst du mal? Nein, hab ich nicht. Wo sind die denn alt? Ich hab keine Ahnung ob ich die hab. Guck doch mal. Runden in der Mine. In welcher Mine? Ich habe ja bei dir da. Die hat in der Mine? Im alten Haus. Ich hab nämlich keine. Die finde ich doch niemals. Hat doch hier drunter irgendwo ne? Ah ja genau. Die finde ich doch niemals. Find ich die niemals. Na, könnte ich ja mal runter gehen. Ja, kannst du mal mitmachen. Boah, wo sind die dann? Sind die hier da? Tatsache. Ich habe übrigens ein neues Ripper an dem Programm, ne? Mhm. Das ist voll der Knaller. Mhm. Oh yeah man. Mhm. Okay, sind... Wo sind wir hier um Gottes Willen? Mhm. Alter, die... 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 Die Turtles finde ich doch hier nie wieder. Äh... Ich schätze mal irgendwo da hinten. Sind aber auch nur Schätzungen. Na ja, mal gucken. Ah ja, ich seh ihn. Cool. Cool. Cool Sache. Äh... Ist er das? Ja, das ist er. Ah, Katze. Halt doch den. Katze. Katze. Halt doch den. Katze. Halt doch den. Katze. Deine Katze ist voll cool. Wie macht man nochmal ne Goldchess? Wenn sie schläft. Äh... Machst du erst ne Holzchess und legst dann da rum... Äh... Gold. Ne, erst Eisen und dann Gold. Oh. Wassah, okay. Brauch ich das. Und das. Okay. Ich bin nochmal ein bisschen in der Mine und ein paar Rohstoffe holen, ne? In meiner? Wo ist denn meine? In der Mine. Achso. Ich hab meiner verstanden. Ja, ich bin mal meinen. Hier ist noch ganz viel Kohle. Brauchen wir Kohle? Sehen wir so aus. Ja, wir brauchen viel Kohle. Weg. So. Ah. Mein Drill ist leer. Um Gottes Willen. Du, wir sterben. 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 Jetzt auch in der Maxi-Packung. Nimm zwei, zahl drei. Warum nicht? Das ist ein super Angebot. Nee. Findest du nicht? Nee. Ich find das voll das knalle Angebot, hab ich mir gleich gekauft auf Ebay. Ja. Ja. Kauf man eigentlich heutzutage noch auf Ebay ein? Ich komm nur auf Amazon. Auf Amazon also? Ja. Du kommst also nur auf Amazon? Ja. Du kommst also nur auf Amazon? Ja. Ja. Die Mitte-Jahrsmüdigkeit. Du hast auch so eine Mitte-Jahrsmüdigkeit. Ist so. Au, ich brenne. 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 Immer noch. Bei dir neue Song. Ja. Au, ich brenne. Voll die Monotonie. Nee, Monoton geht anders. Äh, wie geht denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Ja. Nein. Hab ich doch nicht. Aha. Du dachtest wohl, ich hab's vergessen. Ich hab gehofft, du hast es vergessen. Hab ich aber nicht. Weil ich cool bin. Nein. Doch. Weil du kacke bist. Weil ich total cool bin. Nein, Zombie. Das hast du verdient, Mann. Oh, da Höhle. So. Die will mich umbringen, Phipps. Die will mich umbringen. Aaaaah. Ja. Hoffentlich schafft sie das. Du bist ein Arschloch. Ich weiß. Du bist das brutalste Arschloch auf der Welt. Nö, das nicht. Doch. Es gibt noch Schlimmere. Ja, das stimmt auch wieder. Tja. Aber du bist echt nah dran. Das ist das größte Arschloch auf der Welt zu werden. Nö. Echt voll nah dran bist du. Es gibt Schlimmere. Ach, Quatsch. Laber nicht, Alter. Es gibt Schlimmere. Laber nicht. Wie dich zum Beispiel. Oh. Gold. Ich hab Gold gefunden. Was kannst du gleich mir... juice. Ge-ge-ge-ge-ge-gegen. ganzen Zeit. Gold ist mir damit... ...aufessen. Mmhmm Gold. Schreck bestimmt gut, oder? Jetzt auch in der Sparpackung Jetzt auch in der Sparpackung Gold Gold Jetzt auch in der Sparpackung Oder in der Familienpackung Kennst du das so, wenn irgendwo Auf einem Nein, die sterbe, Alter Heilige Scheiße Heilige Scheiße, war das knapp Bist du tot? Nein Aber bist du auch Und ein bisschen Action hier in das Display reinbringen, wirst du? Scheiße, war viel Red doch einfach Alter, wow Hilfe Kotz Sternchenkotz Sternchen Äh, war ich jetzt schon ganz hinten? Ich weiß es gar nicht Ich hab's vergessen Hast du die Turtles wieder gefunden? Ja, eine hab ich Ich hab grad vergessen, ob ich ganz hinten war oder nicht Ja, das ist die Altersdemenz Das ist voll krass Kommt mal in mein Alter, da wisst ihr wie das ist Ah ja, ich war ganz hinten, okay Die Turtles hier nicht Das ist kein Hund im Hintergrund Nicht? Nein Was waren das dann? Ich weiß es nicht Das war ein Hund, Alter Das war kein Hund Was waren das dann? Das war Scheiße, das war ein Creeper Ja Ja, genau das war's Nee, jetzt ernst, wenn das kein Hund war, dann Das war ein Hund Wow Das wär voll Creepy Tot? Was ist Creeper hier überall? Ja Da können die auch was für Ja Hat man ein bisschen mitgefühlt Die haben nicht hier zu sein, Alter Wie komm ich nicht aus der scheiß Höhle raus, Mannö? Gar nicht Weil der lieber war Ja Arschloch Ich weiß Soll ich wieder den Onkel Ficker Song anfangen? Das ist dein Netzplay Und ich kann nicht muten, aber die Zuschauer nicht Let's trash, Alter Ach doch, eigentlich schon Ich komm nicht drauf, klar Ich komm hier nicht raus Ah, ich komm raus Pff Lol Äh, ich sitze aber unter unserer Plattform fest Verdammt Ah, lass mich hier raus Sicher trinke Wow Schubidu Schubidie Schubidie Ja Was machst du unter deinem Maus? Ich komm jetzt mal gucken Ich baue nicht Lol Lol Alter Goldkissen Überhaupt nicht übertrieben Nein Da kann ich dir ja dann auch dein Dings hinstellen, wenn du weißt, was ich meine Und du brauchst mir da nichts hinstellen Ja, aber du weißt ja, was ich meine Ja 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 Wann kriege ich eigentlich Schaden? Lol Mein Goldpenis willst du mir da hinstellen Goldpenis? Ja Das erinnert mich wieder an Ah, wie heißt denn der Film? Goldpenis? Nee, nee Nee, nee, nee Vielleicht Ich weiß grad den Titelnamen nicht Austin Power Austin Power Hab ich nie gesehen Gibt's den? Echt nicht? Nee Schäm dich Ja, ist so Ist so LP So, lass mich mal hier durch Ich bin Arzt Nein, bist du nicht Wieso kann ich das denn? Äh Warum hast du hier so ein scheiß Kabel hingelegt, Alter? Warte, was für ein Kabel? Ich hab da gar nichts hingelegt Ich war's doch nicht Ich hasse dich Was denn? Ich hasse dich Was denn? Ich hasse dich Was denn? Ich hasse dich Und ich hab Hunger Ich hab auch ein hasse Ich hab beinahe, was du willst Ich hab beinahe, was du willst Was ist denn? Warte mal kurz Ich hab schon erwähnt, dass ich Hips hasse Ich glaube schon So, und es ist Silver Chest Wo sind die Diamond Chest? Wo sind die Diamond Chest? Wo sind die Diamond Chest? 2 2 Weiß ich nicht Weiß ich nicht Silver Chest und Glas Achso Das Glas hat gefehlt Was ist die Diamond Chest? Wie viel EU ist im MFE nochmal drin? Einen Moment In meinem oder in deinem? In meinem oder in deinem? In meinem oder in deinem? MFE Du lagst gerade Hips Du bist ja auch jemand der mir nicht abgiebt Wolltest du nicht Lampen haben? Das auch Ups Ups Ui Ich komm eingeflogen Hier bitteschön Hier bitteschön Sieht interessant aus deine Konstruktion Ja, danke Ich weiß Sie wird noch explodieren Ja, das wird sie Ja, das wird sie Über die Treppe wollte ich auch nochmal anders machen hier Ups Ja, guck mal die Silber das Und schmelzen den alle So, dann machen wir die Treppe neu Die Alter hat übrigens ausgedient Da kommen jetzt schicke Stein Dinger fließen Treppen hin Weißt du Bescheid? Nö So Ja, die sehen wesentlich schicker aus Stone Brick Stairs heißen die so Stein... Bruch... Was? Steinbruchstufen Was? Worüber redest du grad? Ich bin grad wohl konzentriert Keine Ahnung Penis Ich hab mir Stein Stufen und Ziegel Dinger gemacht Ja Letztliche Hochwunsch Ja Dankeschön Ich freu mich Glaube ich dir sogar Ach, man muss immer so gemein sein Weil ich grad konzentriert bin Ach, wenn du konzentriert bist, bist du also gemein Unter anderem, ja Interessante Logik Was versuchst du denn denn zu bauen? Ah, ich glaub ich weiß schon was Was denn? Dinge Schreckliche Dinge? Übelst Das wird alles explodieren Du weißt Oh yeah Fieden so richtig hart so Fucking Ich kann ja... Kohle mehr? Ne Gar nix Na gut Ich wollte Ich wollte in die Richtung hier Alter, komm mal runter So Kann sein nicht Ich meine nicht dich Es geht nicht immer nur um dich, Fips Ja, komm doch mal runter Ich mein den Stein Wann geht's schon mal um dich, ey? Ich sag's dir schon, wenn's um dich geht Ach, jetzt tu nix da Ach, jetzt tu nix da Ich hab reich schnupfen Achso Ich beneide mal die Leute, die da mit gesegnet sind Ja, schon witzig Na, das ist total fun Nicht Ich weiß, ist alles nur gespielt Diese... Dieses Niesen und alles Alles Ist alles nur gespielt Ja Wir wollen nur Aufmerksamkeit, Leute, vergesst das Genau, genau Auch Brillenticker, weißt du, die, die, die sehen eigentlich gar nicht schlecht Die, die wollen ja alle nur Aufmerksamkeit So sieht's aus Ja, ich hab das Geheimnis gelüftet Die bieten nicht durch wie in meiner Videobeschreibung Dafür... Dafür bringen sie nicht bestimmt bald um Die stehen schon vor deiner Haustür Ah, ne, da stehen nur die Aktivisten Fast Die Aktivisten für... weiß ich nicht Wir müssen... Wir müssen bald mal wieder in eine Mine Ich hab nur noch zwei Diamanten Ich bereite grad die große Minentor vor hier unten mit unseren Turtles Achso Achso So Aber vorher will ich mir noch was Schönes bauen Was Schönes? Ja Was zum Anfassen Was Leckeres Hm Hm Das Schlimme ist, du weißt sogar woran ich denke, aber naja Weiß das nicht jeder Ja, ich glaub so Sechs Ich hab übrigens nur noch einen... Turtle gefunden Vier Fünf Programs äh Wie Strip V2 Electronic Circuit Root So Ich hoffe der... Funktioniert jetzt Muss nochmal gucken... Ah, ich glaube das ist das richtige Programm Ich hab nämlich jetzt ein richtig schickes Strip Mining Programm Auf... Platte Ja, das ist das Richtige Auf Platte So Aber bevor es hier weiter geht Machen wir erstmal eine Aufnahme Pause Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bei TechTown Bis zum Bescheid Hier auch Tschüss Ich habe Wie Mit Motivation Es ist im